Hallo liebe Leute, ich bin der Thomas, ich bin wie alle meine Freunde hier auch bei The Recording dabei und wir haben uns heute den Kinofilm angeschaut und der Film ist anders und wir freuen uns sicher dann schon alle auf das Review und ja, das war scheiße, aber es ist okay. Stefano, dritte Folge Recording, dieser Film. Simone, ich war bei einer der ersten Cotonings dabei und see for yourself. Oh, hallo meine Freunde, ich bin Emanuel, ich war in der Folge 11 von The Recording dabei, heute habe ich mir den Film angeschaut und er war echt nicht zu empfehlen. Hi, ich bin der Piotr, war bei der vorletzten Recording Folge dabei und jetzt beim Film und das war wirklich das allerletzte. Ich will jetzt eigentlich, ich kann eigentlich gar keinen Kommentar abgeben, weil den besten Kommentar hat ein Mobs im Film abgegeben, ein fliegender Mobs über Wien, aber das werden wir dann im Recording hören. Hallo liebe Leute, das ist die letzte Folge The Recording. Ich bin Paul, dies ist nun the final Recording. Ich hoffe, ihr hattet so viel Spaß und so viel Liebe zu The Recording wie ihr alle auch und ich hoffe, euch wird die Zeit hier mit meinen Freunden genauso gut gefallen wie mir. Und wow ist das ein Film und wir werden es gleich sehen. Aber davor noch möchte ich euch die Zeit hier mit meinen Freunden genauso gut gefallen wie mir. Und wow ist das ein Film und wir werden es gleich sehen. Dann möchte ich euch noch kurz darauf einladen, ein kleines bisschen Revival passieren zu lassen. Und danke.